Die Auslandsberichterstattung befindet sich in einer echten Krise. Und das sieht man vor allem daran, dass es sehr viele Länder auf der Welt gibt, aus denen wir praktisch nichts erfahren oder eben nur dann, wenn eine Krise oder ein Krieg passiert. Wir sehen das jetzt in der Ukraine. Das ist ein Land, über das wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr wenig erfahren haben. Erst jetzt, wo ein Krieg dort stattfindet, rückt auf einmal die Ukraine in den Fokus. Aber um viel über das Land zu erfahren, ist das eigentlich zu spät. Was wir sehen, ist ein Verblassen der Welt. Es gibt einige Länder, über die wird unheimlich viel berichtet, allen voran die Vereinigten Staaten und Länder der Europäischen Union. Aber es gibt unheimlich viele Länder, mehr als 100, über die kaum berichtet wird in deutschen Zeitungen, über die wir wenig erfahren. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir ein ganz verzerrtes Bild von der Welt bekommen. Also theoretisch wissen wir heute mehr über die Welt, als wir je zuvor gewusst haben, weil wir ja in Echtzeit über das Internet und über die sozialen Medien verbunden sind mit der Welt. Aber gleichzeitig ist es so, dass der Platz für Auslandsberichterstattung abgenommen hat. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Leute fehlen, die aus diesen vielen Informationen eben etwas machen, was man als Kompass beschreiben kann. Eben Auslandsberichterstattung. Und das ist einfach mehr als eine pure Menge an Informationen. Wir brauchen mehr Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten, die aus der ganzen Welt berichten. Gerade jetzt, wo wir eine so unüberschaubare Weltlage haben. Wir brauchen auch mehr Platz für die Berichte aus dem Ausland. Und für all das brauchen wir auch Ressourcen. Darüber muss es jetzt dringend eine Debatte geben. Es gibt eine Filmförderung in Deutschland. Warum eigentlich gibt es keine Förderung für die Auslandsberichterstattung?